So Leute, was geht? Willkommen zum letzten FNCS-Video in dieser Season. Und ich muss sagen, ich persönlich finde es ein bisschen schade, wie FNCS in dieser Season ablief. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Qualifier nur und beides mal drei Runden und das war vier Tage nacheinander, ohne Pausen oder so. Also ich fand es auf jeden Fall besser, wo FNCS noch länger ging und nicht so durchgerusht wurde. Könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und da meine ich es einfach so wie die letzten Seasons, zum Beispiel drei Wochen Qualifier, dann eine Woche Heat und dann die Grand Finals erst. Aber das ist jetzt auch egal, vielleicht machen die es ja nächste Season wieder normal, werden wir dann ja sehen. Ansonsten, wenn ihr noch neu seid, lasst noch gerne ein Abo da und danke an jeden, der meinen Creator-Code ROPNECK im Shop benutzt. Ich würde sagen, ich habe genug geredet. Wir fangen an mit dem Video, also viel Spaß. Äh, ja, von den Kills. Wer ist denn? Hinter dem Schein, hinter dem Schein bei uns. Der wird weg, Spider-Man. Hab ihn. Da. Ja, hast du gebaut? Ja, ja. Da drin, nicht vorderrein, nicht vorderrein, der hättest ich mir nicht. Da kannst du nicht durch, da kannst du nicht durch. Da kannst du nicht durch, komm zu mir. 150 dead. Ich muss hier. Ist irgendwo einer gelandet, oder? Komm mal mit, komm mal mit, hier. Hier ist ein 2, ist ein 2. Oh Mann. Und dort rein. Ich komme sofort, ich nehme. Ja, egal, ich bin safe, ich bin safe. Ey, klaut das Auto hier. Ich habe ihn, glaube ich. Dead. Ja. Da war ein Dorn, dead, vor mir. Knock. Ja. Lass doch frei, ich brauche. Ey, Mann. Ich habe nur Holz, ne? Ich komme. Willst du zu mir kommen? Ja, ja, ich komme hoch. Landet einer auf, schon nachts. Wer ist hier? Ich bin links runtergeschossen worden. Von hinten, oder? Ich will sterben, ich kann halt nicht alleine machen. Was machen die denn alle? Ich bin tot. Ich habe die Waffe nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. 30, 2. Okay, go. Dead, dead. Ich gehe auf einen anderen, ich gehe auf einen anderen bei mir. Genossen. Und da, in dem Moment einer, one it. Beide one. Weil die Pump ist so schlecht. Dead. Nice, der andere ist auch one. Geh einfach rein mit SMG oder so. Hilft du, du bist auch klar? Meine Box. 80 nochmal. Down. Das andere Team ist hier. Ich bin tot. Ich wusste, dass da eine Tür ist. Guck, guck, guck. Zwei. Oh man, natürlich kann man dann nicht. Bist du pre-edit? Ich bin schon drin, glaube ich. Ich habe eine Wall bei dem. 60 auf einen. 100. Dead. Dann ist cracked. Dead, dead, dead. Die haben schon die Splasher gehabt. Lass uns selber gehen, oder? Komm, ja, ich bin jetzt. Ich gehe auf den Berg hoch. Lass den hinterher laufen. Ja, ja, ja. Kannst du zu mir kommen, ich habe Halt. Ja, ich bin da. Wie es geblieft, ich connecte. Ich habe connected. Okay, jetzt connecte ich einfach gleich zu mir rüber, dann haben wir Halt. Ja. Guck für Kills. Ja, guck für Kills, ich halt Halt. Halt. Alles in Lauf, Halt. Ja. Hier ist der second height, vorn. Ganz hinten, dann soll. Minus 100. Ja, ja. Nice. Komm, der ist so hinterher. Kick back. Nochmal, crack. Ey, schrassst du aus. Können wir irgendwie mal in den Türen kommen. Let's crack. Nice. Wer darf ich mal ohne Metz? Aber egal, er hat Metz. Nice, dead, sowieso. Wir müssen mal Double sprayen, hier unter mir crack, unter mir crack, ich fuß die, fuß die. Nice, 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 nice. Ein pinken, wo ist denn? Oh mein Gott. Äh, 40. Er ist dead, hab nie gestorben. Ich gehe jetzt auch einfach replacen oder so. Nein, 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 schuld. Wir sind gedroppt. Geh nach vorne, alle hier in Sohn. 20 cracked, vielleicht stirbte. 40. Du darfst nicht sterben, ne? Ja, mal schauen. Und noch einen. Einer dead. Alle down. Aha, hast du auch gestorben. 61 Punkte geht, glaube ich, jetzt. Bist du wahrscheinlich? Mach ich bereit, können wir beamen? Oder? Ja, chill, chill, chill. In den weißen vorne, 3, 2, 1, jetzt. Steep, steep, steep. Das ist nur ein Duo, ein Duo. Die V- und Z-Wenn jetzt gleich gehen. 21, 26, right, knock. Start, start, start. Der Mate ist auch cracked. Die falten hier unter mir, lass da rein. Ich bin ein, über den, komm runter, komm rein runter, schnell. Okay, ich expande ein bisschen. Komm nach vorne. Komm, 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 komm straight. Hier unter uns. Was dauert? Eine, ob 100, 100, 100. Wir müssen zusammenbleiben. Boxt, bitte, bitte. Bitte, bitte. Ja, ich komm zu die. Einer Snobz hier unten. Und dann ist es noch ein Spiel. Der, 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 der andere. Der andere oben ist 100, 120. Hier noch mehr Splascher. Ja wir wollen das jetzt schon. Komm, komm, komm. Die wollen das Bild falten, ne? Nein, nein, nein. Nicht mehr? Okay, dann geh Frontzo mit Spiderman. Frontzo mit Spiderman. Erstmal. Ja, dahin, dahin. Ich halt halt. Ich komm gleich gleich. Wie stirbt denn ich denn falsch haben? Komm, komm, komm. Bleib ganz vorne, ich bleib ganz hinten auf heute. Ich hab nichts gehört, ich hab gar nichts gehört. Nee! Öff! Oh! Das war's. So. Du hast keine Masse. Soll ich ihn lassen? Ne, wenn du ihn beieben kannst, dann töte ihn einfach. 1 SP. 2 Volts. 2 Volts. Warte rein. Oh mein Gott. Raus, raus, raus. Wie komme ich Spider-Man jetzt erstmal? Warte, warte. Ist noch nicht ein Sohn? Wie viele Videos hast du? 8 Splasher und 2 Minutes. Okay, komm wir gleich. Schaffst du es raus? Doch, doch, doch. Ich bin raus. Ich muss mit Frühstück gleich reinkommen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Einer minus 50, der andere minus 20 oder so. Naja. Crack. 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 Auf den unter dir. Bin drin. Ey. 2. 80. Ich hab ihn blanked. Ist ein dummer Fight. Nochmal 20. Einer minus 100. Einer minus 100. Einer minus 100. 80 White. 80 White. Ich muss hier hin. Du kannst hier eigentlich mit SMD erhören. Vielleicht kriegst du einen durch die Wall oder so. Ich hab einen dead. Ich werde gekept. Ich hab beide. Komm, komm, komm. Von unten. Von unten. Und check. Ich bin nicht viel ohne Spiel. Kann man nichts machen, schau. Nee. Nee. Der hat sich der hat kein Healing mehr. Ja, gut. Das. 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 ich hätte einfach ich hätte aber nicht machen sollen der andere kommt auch 16? Hast du ihn nicht gehört? Ne. Neues Team-Snipe von der Seite. Ich hab einen fulle boxed. Kein OP. Und da? Was? Ob wird's denn nicht riefen? Er steckt aus, auf ihn. 20? Nein. Ich hab ihn count. Der eine hat noch ne Füße. 100? 100? 100 auf den anderen. Der andere kommst du dir. 100? Ja, dead mit den Waffen. Dead, dead, dead. Der andere ist laut. Ja, Digga. Denkst du auch mit der SMG reißt, ist noch irgendwas? Ich replay's hier, aber die können uns scornen. Außen, oder? Ja. 100? 1 AP? 100 auf. Irgendwas. 100 auf mir. Eine. Ich hab gemisst. 50 Volt. Lass ihn einfach nicht finishen. Du gewinnst das. Komm mit deinem Maus mit, also mit deinem... Das bleibt auf mir drauf mit dem Cruster. Ja. Okay, ich kann hochkommen jetzt. Oh, das ist abgeboren. Du hättest offen. Bau, 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 bau. 24 Volt jetzt. Ich hab später für dich ein Biggie. Hauptsache, ich sterbe nicht. Ich bin ziemlich low. Du's einfach komplett. Wir brauchen den Lambo nicht mehr. Nein, nein. Kommt an, kommt an. Ja, okay. Wir müssen egelig aussteigen. Da oben. Ich bin tot. Oh mein Gott. Kannst du farm? Deine Dipps halten ohne Waffen. Weck. Nein, natürlich treff ich keinen Schuss. Down. Steht aus. Kommt. Hinter der... Kommt mehr rein? Er ist drin, er ist drin. Neu ist es. Kannst du raus bauen? Deck, Deck. Ich bin dead. Ich hab die Wall verloren. Die Wall ist weg. Dann schicken wir weg. Ja, im Busch. Ach, Mann. Ich bin tot. 100 auf einen. Dann fangen wir jetzt zu. Flasher uns. Pass auf. Müsst ihr den unteren Rolls? Der will mich boxen, glaub ich. 100! 1 HP! Down. Der hat 1 HP. Einer andere ist. 1, 1, 1, 1, 1. 1 PS. 1 HP? Ich hab ihn pick x1, du musst ihn killen. Ich kann nix machen. Einfach mal weg. Kau einmal hinten. 1, 2, 2, 3, 2. Ist doch alles gut. 3, 2, 1, komm rein. 3, 2, 1, komm rein. Box, komm schrauben. Ganz schnell, ganz schnell. Ja, Winter. Ja, das wieder raus. Ja, wir brauchen halt, wir fighten richtig komisch irgendwie. Bei sowas. Du musst in so einen Spider-Man, ne? Ich muss in so einen Spider-Man. Wir lassen in so einen Spider-Man und die holden. Ja. Ich brauche eine, sich dann noch. ich bin jetzt ich auch denke ich mal egal ich spiele alleine ich habe mir was zu trinken kann auch nicht mehr lange spielen ich bin auch gleich das er gibt mir zu plan die flicke müssen wir jetzt in der runde machen zum kohlen müssen jetzt noch mindestens 25 25 oder so haben wir ja die fans kündigen diese scheiße der hintere jetzt der andere seite decken wir können die w ich bin in so ein von hinten gelaufen spiel einfach auf placements muss auf die rechte seite wie kein zweiter jetzt sterben gerade sehr viele bruder ich auch 22 18 kg minimum oder 17 die sind siehst du einfach durch ich habe keine match mehr ich bin tot ich bin tot kannst du mich schnell umzubauen bitte ich hab dich auf das boot hier bei uns zwischen uns ich werde geteckt endlich feeling jetzt schnell ja jungen ja 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 ja